Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen OPERA Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei OPERA Lesezeichen exportieren und importieren kann. Das ist gar nicht so schwer, man muss wie immer nur wissen, wie es funktioniert. Dafür öffnen wir zunächst einmal OPERA und wir sehen, dass ich hier verschiedene Lesezeichen habe, die ich jetzt für dieses Beispiel mal exportieren und später wieder importieren möchte. Früher war das in OPERA ganz leicht, denn da gab es eine separate eigene Einstellung dafür. Mittlerweile gibt es das komischerweise nicht mehr und deswegen müssen wir das über eine Erweiterung machen und diese nennt sich V7 Bookmarks. Die habe ich hier mal bereits angepinnt. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu meiner Homepage, wo ihr direkt auch diesen Link aufrufen könnt. In dem Fall habe ich das schon installiert. Was dafür sorgt, dass ich die Erweiterung auch hier links in der Leiste finde, es ist nämlich dieser Stern. Solltet ihr die Seitenleiste jetzt nicht haben, um das hier zu finden, können wir das hier oben rechts mit diesen drei Balken und dann auf Seitenleiste anzeigen. Ganz einfach aktivieren. Klicken wir einmal drauf. Wenn ihr das eben hier installiert habt, findet ihr es hier. Klicken wir drauf und gehen dann hier oben auf die drei Punkte und dann auf Optionen. Dann öffnet sich dieses Menü mit diesem komischen, seltsamen Hintergrund, als wäre das alles aktiviert. Ich finde es ein bisschen verwirrend, aber hey, wir kommen trotzdem klar. Wir scrollen ein bisschen nach unten bis zu diesem Punkt. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Opera-Lesezeichen als HTML zu exportieren und, falls wir das wollen, gleichzeitig auch mit Favicon. Das ist dieses kleine Symbol hier oben. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so krass wichtig, denn wenn ich die Seiten das erste Mal aufrufe, wird es wieder nachgeladen. Aber es ist nicht mehr Aufwand, deswegen können wir hier auch direkt den Favicon-Export machen. Das heißt, wir drücken da mal drauf und dann werden wir sehen, dass das direkt heruntergeladen wurde. Da können wir in den Ordner nochmal reinschauen. Das ist hier in dem Fall mein Download-Ordner. Und ich ziehe mir das Ganze jetzt mal auf den Desktop, damit ich meine Opera-Bookmarks eben hier habe. So funktioniert also der Export. Das ist sehr, sehr einfach und wir schauen uns nur noch den Import an. Der ist nämlich genauso einfach. Wir sind an der gleichen Stelle und haben hier Lesezeichen und Einstellungen importieren. Klicken wir einmal drauf und dann kommen wir automatisch in das Menü, das wir brauchen. Und das bietet uns sogar ein bisschen mehr an. Denn ich habe nicht nur die Möglichkeit, die Lesezeichen von Opera, also die, die ich eben exportiert habe, hier auch wieder einzufügen. Denn ich kann das hier auch mit Chrome machen, mit Firefox oder Microsoft Edge oder dem Internet Explorer. Im ersten Schritt probieren wir das mal mit denen, die wir gerade exportiert haben. Dann dürfen wir nämlich nichts von diesen auswählen, sondern den Lesezeichen HTML-Datei-Import. Klicken wir drauf und sehen, dass das jetzt auch nur die Lesezeichen sind. Das macht auch Sinn, denn wir haben ja keine anderweitigen Einstellungen exportiert. Das heißt, das auswählen, hier draufklicken und dann wird es eingefügt. Da das genau gleich ist, wird jetzt nichts passieren, deswegen lassen wir das. Aber so funktioniert es. Wir schauen uns jetzt noch was anderes an, nämlich, dass wir das mal mit Chrome machen. Chrome ist mein Hauptbrowser, da wird deutlich mehr geladen. Wir könnten hier den Browser-Verlauf reinladen, die Favoriten, die gesicherten Passwörter und die Cookies. Das heißt, ich könnte wirklich komplett von Chrome auf Opera switchen. Und wir werden hier zum Beispiel mal sehen, wenn ich das importiere, dass hier alle meine anderen Lesezeichen eingefügt werden. Und das ist halt genau das, was ich möchte. Von daher ist es nicht wirklich schwer, Lesezeichen, sprich die Favoriten in Opera zu exportieren und später auch wieder an andere Stelle zu importieren. Man muss wie immer nur wissen, wo sich die Funktion befindet. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. Ciao.